Malzeit Leute, Kevin hier am Start und willkommen zu einer weiteren Runde Zombie-Modus. Es kam ja auch schon eine längere Zeit nicht. Ich spiele heute mal auf Nuketown und erstmal Soundlaser machen. Und mal schauen, wie weit ich komme. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie weit ich denn kommen werde. Ich würde einfach mal schätzen, oder sage ich mal so, mein Ziel ist auf alle Fälle über Runde 10. Das wäre schon mal gut. So, da habe ich schon alle nackig gemacht. Zack, zack. Seht ihr das, wie ihr das seht? Ihr müsst euch mal eine Scheibe abschneiden von mir, Junge. Mich kann nämlich nichts töppen. Kein Wegdick oder sonst wer. Ich bin hier der Zermipro. Da der nächste, Junge. Zack, geil gemacht. So, und da habe ich schon die erste Runde gepackt. Wer hätte das gedacht? Es ist unfassbar. Dieser Skill von diesem Kevinio90. Viele fragen sich, ist es ein Gott oder ist es ein Mensch? Ja, ich bin ein Gott. Komm hier, mach direkt weiter. Du Nachtjacke. Ey! Reiß dich zusammen, Junge, sage ich dir. Oh, oh, oh. Hilfe. Ich habe keine Muni mehr. Oh, habe ich mich erschrocken, ey. Mein Gott. Die sind immer so gemein zu mir. Oh, hier sind die nächsten. Oh, oh. Seht ihr das? Zack. Nicht kann mich aufhalten, Junge. Die hauen immer so schnell zu. Das ist irritierend. Siehst du, da ich schon eine zweite Runde mache. Und jetzt bräuchte ich langsam mal Muni, Junge. Ich glaube, hier muss ich aufmachen. So, und jetzt? Was ist denn hier oben? 1000 kostet das. Die spinnen will oder was? Ich hole mir erst mal die Bumme hier. Die fand ich eigentlich auch mal recht nice. Im Zombie-Modus. Da ist schon das erste Opfer, Junge. Zack. Bingo, Junge. Stirb. Ich würde schon sagen, der lebt wohl noch. Haha, und jetzt kommt Muni, oder was? Dann kommen wir auch weiter die Pistole nehmen. Welche Waffe hole ich mir als nächstes? Das ist hier die Frage. Oder mache ich erst mal die Wege auf, um an die Kiste zu kommen? Ich weiß es nicht. Ich bin immer überfordert. Habt ihr das gesehen? Diese Präzision. Zack, Kopfschuss. Was ist los? Ich habe noch den Kopf weggeballert. Leute, das verstehe ich nicht. Ich habe ihn doch die Rübe runtergeschossen. Wieso kann der mich dann noch K.O. hauen, Alter? Sagt es mir. Erklärt es mir. Es ist unfassbar. Gerade mal 5 Minuten gespielt oder sowas. Direkt neuer Versuch, Junge. Ich lasse mich nicht unterkriegen, Junge. So Leute, das war jetzt natürlich alles bloß Show, damit ihr denkt, ich wäre schlecht. Bin ich aber gar nicht. Ich lasse euch bloß in dem Glauben, ich wäre schlecht. So sieht es aus, Klaus, aus die Maus. So, neuer Versuch. Und diesmal mache ich keine Gefangenen, Junge. Diesmal ist hier Rütze, Junge. Kommt ran, ihr Teppichficker, Junge. Na, wo bleiben sie denn? Läuft nicht an der Tagzeit. Komm, verrecke. Assi, Junge. Das rege ich mich immer auf, dass ich suche. Das seht ihr auf Nuketown noch, aber bei anderen Welten das erste Level pisst mich sowas von an, oder allgemein die ersten Level, weil die einfach viel unübersichtlicher sind. War's das schon? Ne, da hinten noch. Zack, Junge. Und jetzt mache ich direkt mal den ersten Weg auf. Und jetzt gucke ich vorher, wo die Kiste ist. Die ist da. So, zack. Und wie viel kostet das hier? Tausend, Junge. Habe ich einen Geldscheißer? Meine Fresse. Und hier oben? Hochtausend. Geht man nicht auf den Sack, sage ich euch, Junge. Mit euren Wucherpreisen. Mut nicht alle. Oh, nee. M14? Ah, ich weiß nicht. Brauche ja die Wurmer. Wie viel kostet die? Tausend. Wie mache ich denn das jetzt, ey? Wie mache ich denn das? Helft mir. Oh mein Gott. Kann ich ja jetzt eigentlich nur mit Granaten rumhantieren, oder? Vor allem wie langsam die sind. Da kann man ja ewig warten, bis die mal auf einem Fleck sind. Komm noch schneller her, du Lappen. Mein Gott. Komm, ich mache jetzt erst mal die zwei oder probiere es zumindest. Oh, nee. Oh, nee. Da habe ich mich fast selber gesprengt. So, Junge. Und wo sind jetzt die anderen? Da ist noch einer. Ich traue mich nicht zum Messer und ich schmeiße lieber Granaten. Ist jetzt nicht wahr! Oh, nee. Das ist doch lächerlich. Was ist das? Immer noch nicht. Ey, die hucken noch Salz, Junge. Na, wo denn? Wo denn? Oh, hier sogar zwei, Junge. Der haut mich immer so schnell. Hilfe. Haha, Junge. So, und nu? Jetzt habe ich gar nichts mehr. Hier kommt kein Max Ammo. Nichts kommt hier. Mein Gott. Wie soll ich denn jetzt 190 Geld schaffen? Ohne Muni, ohne Granaten. Ach, nach Granaten habe ich ja noch. Okay. Da habe ich mich wohl verguckt. Erstmal analysieren. Analysieren, wo sie herkommen. Da vom Dach. Das war ja hier einer. Und der haut mich direkt. Es ist unfassbar. Ach, komm hier. Friss das, Alter. Keine Ahnung. Oh, nee. Das war es wohl, oder? War es das? Ja, ich habe es. Oh, mein Mann. Diese engen Wege. Das ist einfach nur belastend, Junge. Das Spiel ist eindeutig daran schuld. Wäre das Spiel richtig gut, würde ich auch Runde 50 schaffen. Alleine. Aber so wird das nicht. Wenn ich hier keine Munition kriege und alles sowas. Und keine Kohle. Dann könnte ich ausrasten, Junge. Also. Das war mal wieder eine lächerliche Zombie-Folge. Wie auch sonst. Es ist unglaublich. Fliege auch ab, Junge. So. Ich kann es dafür. Das Spiel ist schuld. Von daher verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen, naja, lachen. Mehr auslachen. Ja. Als mit mir lachen. Weil ich hatte nicht zu lachen. Aber nun gut. Ich verabschiede mich. Euer Kevenio. Bis zur nächsten Zombie-Folge. Haut rein. Kann ich hier irgendwas machen? Ah! Ah! Was? Oh mein Gott. Hilfe. Alter, wo bin ich? Dum 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 Dum